Werde ich jetzt zum Crash-Propheten à la Markus Krall und Marc Friedrich? Nein, natürlich nicht. Die erzählen dummen Mist. Aber es könnte schon sein, dass wir auf eine Krise zusteuern. Keine Staatsschuldenkrise, noch keine Inflationskrise, das ist alles Unfug. Aber vielleicht eine private Verschuldungskrise, wie sie Japan zum Beispiel erlebt hat. Unter Ökonomen auch genannt Bilanzrezession. Was das überhaupt ist und warum das so sein könnte, dranbleiben. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Frage, wie geht progressive Wirtschaftspolitik? In diesem Video sprechen wir über das Thema Bilanzrezession, warum sie jetzt nach der Corona-Krise drohen könnte und warum genau das den Wahlprogrammplänen der FDP einen dicken, fetten Strich durch die Rechnung machen könnte. Zu tun hat das Thema Bilanzrezession vor allem mit dem Verschuldungsgrad privater Unternehmen. Es geht hier also ausnahmsweise mal nicht primär, gut, wir kommen nachher schon darauf zu sprechen, um die Schulden des Staates, sondern um die Schulden des Privatsektors. Wie gesagt, genauer, die Schulden der Unternehmen. Der Begriff der Bilanzrezession geht auf den Ökonom Richard Kuh zurück. Kuh bezog sich vor allem auf Japan und die lange Phase der Stagnation, die die nach der Finanzkrise Ende der 90er hatten. Was war passiert? Nun, die Bilanzen der Unternehmen sahen hundsmiserabel aus, weil eben in der Finanzkrise viele der Wertpapiere an Wert verloren hatten. Um die Bilanzen wieder in Ordnung zu bringen und aus der Verlustzone zu kommen, sprich die Schulden zurückzuzahlen, versuchen die Unternehmen dann Finanzierungsüberschüsse zu erwirtschaften. Das heißt zu sparen, sprich mehr einzunehmen, als sie ausgeben. Das ersparte und überschüssige Geld nutzen die Unternehmen dann für die Schuldentilgung. Und genau hier liegt der Knackpunkt und eben auch das Erklärungsmuster für die lange Phase der Stagnation in Japan. Denn wenn die Unternehmen das Geld zur Kreditilgung nutzen, statt wieder zu investieren, dann wird das Geld dem Wirtschaftskreislauf entzogen. Wenn Kredite bedient werden, dann ist das Geld futsch weg. Und das bedeutet eben, dass man die Wirtschaft damit abwirkt. Ein Unternehmen mag sich so nach einer Krise gesund sparen. Für einen ganzen Unternehmenssektor und eine Gesamtwirtschaft funktioniert das aber leider nicht. Denn wenn ein Unternehmen seine Ausgaben zusammenstreicht, um eben diesen Überschuss zu erwirtschaften und die Schulden zu tilgen, dann verschlechtert es notwendigerweise die Lage eines anderen Unternehmens, weil es eben Geld dem Wirtschaftskreislauf entzieht und die Nachfrage schwächt. Mit dieser betriebswirtschaftlich total rationalen Vorgehensweise kann der Unternehmenssektor als Ganzes sich also nicht einfach aus dieser Verschuldung und der Krise befreien und sich eben auch nicht alleine am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Die große Frage für uns heute ist also, sind wir in einem solchen privaten Schuldensumpf? Und dafür gibt es einige gute Argumente. Die Schuldenlast der Unternehmen ist während und wegen Corona rasant gestiegen. Das zeigt sowohl die Untersuchung der Boston Consulting Group von mehr als 400 Firmen aus 30 Branchen, die das Handelsblatt hier zitiert, als auch Statistiken der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Die Grafik hier zeigt zum Beispiel Unternehmensschulden im Verhältnis zur Wirtschaftskraft und diese Grafik zeigt den sogenannten Schuldendienstdeckungsgrad, ganz schreckliches BWL-Wort, der einfach ausgedrückt sagt, wie viel geben die Firmen von ihrem Einkommen für Schuldentilgung und Zinsen aus. Und man sieht, beides ist sprunghaft angestiegen. Und auch die vom Handelsblatt zitierte Untersuchung der Boston Consulting Group gibt eben wieder, dass die Gewinne und Eigenkapitalquoten der Unternehmen während der Corona-Krise mächtig unter Beschuss geraten sind. In einigen Branchen natürlich mehr als in anderen. Es gibt auch Gewinnerbranchen. Aber zu den Verlierern gehören eben vor allem der stationäre Handel und die Tourismusbranche. Interessant ist in diesem Zusammenhang aber eines, nämlich dass die Insolvenzstatistik komplett verzerrt ist. Die Insolvenzanmeldungen lagen trotz Corona-Krise für das erste Quartal 2021 ca. 20% unter, unter dem Wert von Q1 2020, dem letzten Quartal, bevor Corona hier so richtig reingeknallt hat. Ein wesentlicher Grund dafür ist eben die damals richtigerweise ausgesetzte Insolvenzantragspflicht für überschuldete Unternehmen, die bis Ende 2020 galt. Und für die Unternehmen, die Hilfen beantragt hatten, Novemberhilfen, Dezemberhilfen, Überbrückungshilfe 3, sogar bis Ende Mai 2021. Das heißt, die Wiedereinsetzung der Antragspflicht spiegelt sich jetzt in den Ergebnissen fürs Q1 2021 noch gar nicht richtig wider. Was da also noch kommt, wer weiß. Auch wenn uns die Insolvenzstatistik hier keine klare Antwort gibt. Jeder von uns kennt eben Restaurants, Friseur, Boutique, Bar, die eben krass unter Corona gelitten haben, die den Laden dann dicht machen mussten, die in Einnahmen ausgefallen sind, wo die Wirtschaftshilfen zu spät waren oder zu knausrig waren und die deswegen eben in die Verschuldung getrieben wurden, weil sie dann, weil sie ihre Fixkosten eben bedienen mussten, Kredite aufnehmen mussten. Der Knackpunkt ist jetzt aber, das Restaurant und der Friseur werden die entgangenen Einkünfte jetzt wahrscheinlich in der Zukunft nicht einfach aufholen und kompensieren können. Die Leute kommen sich ja jetzt nicht öfters die Haare schneiden und das führt eben dazu, dass die Kredite denen Liquidität gegeben haben, um eben Zahlungsunfähigkeit in der Krise zu verhindern. Wenn sie die Einnahmen aber nicht aufholen können, dann kommt das Problem eben irgendwann in der Zukunft auf die zu und ist damit auf der Zeitachse nur verschoben, aber nicht grundsätzlich gelöst, weil die Einnahmen, wie gesagt, eben dauerhaft fehlen. Wenn die Kredite dann irgendwann bedient werden müssen und ein Restaurant sich mit dieser Schwierigkeit konfrontiert sieht, dann entlässt es vielleicht einen Kellner, der büßt sein Einkommen ein, kann dann wiederum weniger ausgeben. Das wirkt die Nachfrage und damit die Wirtschaft ab. Und damit sind wir eigentlich auch schon bei dem von Richard Kuh beschriebenen negativen gesamtwirtschaftlichen Effekt von eben zu hoher Unternehmensverschuldung, wenn die Unternehmen sich alle gesund sparen wollen. Also nochmal ganz kurz, die jetzt in der Krise in der Not aufgenommenen Kredite zwingen die Unternehmen später dazu, Überschüsse zu erwirtschaften, um diese Kredite zu bedienen. Das wiederum kann jetzt dann nach der Corona-Krise irgendwann negative Rückkopplungseffekte auf die gesamtwirtschaftliche Nachfrage haben und die Wirtschaft in die Stagnation schicken. Große Frage ist also, was tun, um das zu verhindern? Um den Unternehmen die Entschuldung zu erleichtern und die Wirtschaft vor dieser Dürrephase zu bewahren, muss der Staat jetzt Gas geben. Das mit den Wirtschaftshilfen hat nicht gereicht. Er muss wirklich aufs Gaspedal treten. Denn klar ist, und da sind wir wieder beim makroökonomischen Einmaleins, die Ausgaben des einen sind die Einnahmen eines anderen. Wenn einer weniger ausgibt, als er einnimmt, also spart, Überschüsse erwirtschaftet, wie die eben jetzt Corona-bedingt verschuldeten Unternehmen, dann muss es irgendjemand anderes geben, der weniger einnimmt, als er ausgibt. Also die Schulden machen und genau da kommt eben der Staat ins Spiel. Auf dem deutschen Staat ist finanzpolitisch aber leider kein Verlass. Ab 2023 soll es zurück zur Schuldenbremse gehen. Ab 2026 sollen die Schulden sogar getilgt werden, über 20 Jahre. Das heißt, der Staat soll 20 Jahre zum Sparer werden. Wenn der Staat jetzt auch zum Sparer wird, macht dann die Schulden. Alle Sparer, einfache Logik, das geht nun mal nicht, auch wenn es alle wollen. Und es wird eben deutlich, dass in dieser Gemengelage, die wir da haben, die Rückkehr zur Schuldenbremse brandgefährlich, eigentlich unverantwortlich ist und ein zukünftiger Finanzminister muss das erkennen, muss diese Gemengelage erkennen und eben bereit sein, den Mut haben, Schulden zu machen. Das mit dem Mut muss ich allerdings zurücknehmen. Das war Quatsch, denn die Schulden wird der Staat so oder so machen. Die Frage ist, wie macht er die? Das ist einen guten und einen schlechten Weg. Der Gute wäre jetzt über massive Investitionen, um unsere Infrastruktur zu modernisieren. Das würde die Wirtschaft ankurbeln und es wären sozusagen freiwillige gute Schulden. oder aber es gibt den Weg über die Schuldenbremse und Ausgabenkürzungen. Dann fährt man die Wirtschaft vor die Wand in die Krise. Dann brechen die Steuereinnahmen noch stärker ein, als die Ausgaben gekürzt werden. Dann hat man auch ein Defizit, dann macht man auch neue Schulden. Aber eben schlechte Schulden, dann geht es der Wirtschaft nicht gut. Und leider sehe ich keinen Finanzminister, keinen potenziellen zukünftigen Finanzminister, der genau diese Lage erkennt, beschreibt und dem ich zutraue, diese Situation irgendwie verantwortungsvoll für unser Land zu handeln. Und zum Schluss noch, weil ich also gern gegen die irrsinnigen finanzpolitischen Vorstellungen der FDP, der wirtschaftsliberalen, wettere. Das eben erklärte, zeigt auch deutlich, warum die Wahlprogrammpläne der FDP Unsinn sind. Christian Lindner und die FDP wollen nämlich Steuern senken und gleichzeitig die Schuldenbremse wieder einhalten. Wie soll das gehen? Nun, die wollen die Steuern für Unternehmen und Wohlsituierte senken, gehen davon aus, dass die dann mehr investieren. Das würde die Wirtschaft ankurbeln, das würde trotz geringer auch Steuersätze zu höheren Steuereinnahmen führen. Und diese sprudelnden Steuereinnahmen würden den Staat dann ermöglichen, die Schuldenbremse trotzdem einzuhalten. Die Argumentation ist so oder so schon wirklich brüchig und problematisch. Aber wenn wir uns eben diese Bilanzrezessionsgefahr vor Augen halten, dass Corona-bedingt verschuldete Unternehmen jeden Euro erstmal nutzen, um Schulden zu tilgen und die Bilanzen wieder in Ordnung zu bringen, statt zu investieren, dann ist der Plan der FDP natürlich erst recht zum Scheitern verurteilt, weil dann ist die Steuersenkung eben nicht direkt in Investitionen gesteckt, sondern, wie erklärt, in Schuldentilgung. Tja, tut mir leid, FDP und Christian Lindner. Man kann also wirklich einfach nur hoffen, dass uns Christian Lindner als Finanzminister erspart bleibt. In diesem Sinne, liebe Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr ein Like und ein Abo dalasst. Ihr könnt den Kanal finanziell unterstützen über PayPal und Steady. Auf Udemy findet ihr einen MMT-Online-Kurs, um finanzpolitisch fitter zu werden, als es Christian Lindner ist. Fragen oder Anmerkungen gerne in die Kommentare hauen. Ganz wichtig, Glocke aktivieren und ansonsten, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.